Wenn man spielt, sollte man drei Dinge am Anfang entscheiden. Die Spielregeln, die Einsätze und den Zeitpunkt aufzuhören. Die Spielregeln, die Sie in der 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 Zeitpunkt aufzuhören. Oh, oh, oh To take the land Let the devil's deadly labor Let the devil's deadly labor Deadly labor Ein Sprichwort sagt, viele spielen, einer gewinnt.